Dorfner, Flügler, jawoll! Wunderweil ist drin! Ja, sag einmal! Laus Augenthaler, ich habe es vorher noch gesagt, der Mann, der gestern im Training einige kraftvolle Kopfbälle im Netz untergebracht hat. Das ist unhaltbar, der Ball für Walter Zenger. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das haben wirklich alle gehofft, aber nur wenige geglaubt, dass die Bayern hier 2-0 in Führung liegen würden. 38. Minute in San Piro. Die Bayern haben ausgeglichen, 2 zu 2 im Gesamtstand. Lehmen des Entsetzten rechts und links. Ich schaue mich gerade um, das haben die Zuschauer hier nicht erwartet. Sie sind gekommen, um zu feiern, um das 2 zu 0 von München zu belohnen. Und nun müssen sie mit ihrer Mannschaft bangen. maker把它 Printİrf ... ... ... ... ... ...